Willkommen hier zurück zu Outland! Zu einer neuen Folge, hier! Uah! Das war blöd! Im, ich hab's später vergessen, beim heiligen Berg, Holy Mountain. Es gibt hier noch mehr von den Fischen, wie ihr seht. Ich mach mal erstmal die Pflanze hier weg. Dann den Fisch. Ich brauch echt mal dieses Jumpheld hier. Ich hoffe, das krieg ich jetzt bald. Zumindest geh ich davon aus, um ehrlich zu sein. Ähm... Verdammt! Oh, komm schon! So knapp! Ja, jetzt stell ich mich genau dahin natürlich. Wo ist dann hin? Autsch! Au! Die sind ja fies! Die schießen ja auch beide Farben. Also auch. So wie die Fische abwechselnd beide Farben haben. Und... Die Pflanzen scheinen aber immer die gleiche Farbe selber zu sein. Sag mal! Geht doch... Was? Oh mein Gott, wie ich mich wieder anstelle! So, jetzt werd mal... Ja, sag mal! Was zur Hölle ist hier wieder los, Mann! Ich streng dich mal ein bisschen an, Junge! Das kann hier so nicht weitergehen! Ich bin ja fast tot! Gut! So... Geht doch! So, welche Farbe hast du? Du bist blau! Na ja, immerhin! Eine große Münze! Das ist doch nett! Ich laufe erstmal komplett unten rum und guck mal, was es hier unten so alles gibt! Ups! Oder geht's hier unten etwa weiter? Und ich dachte, nein! Siehste? Sankt Gasse! Als hätte ich's mir gedacht! Ich hab irgendwie das Gefühl, er kann nicht häufiger als dreimal am Stück... Tatsächlich! Das vierte Mal geht er nicht! Ich kann nur dreimal am Stück hauen! Hm! Wieder was gelernt! Geh mal weg! Ich sagte, weg! Hey! Wenn ich sage, geh mal weg, dann meine ich, geh mal weg! So, bleibst du rot oder bist du blau? Ja, du bleibst rot! Natürlich! So, okay! Wie komme ich da rüber? Ich muss warten, bis die roten komplett weg sind! Dann blau durchhüpfen und dann nicht hier wieder rot machen! So! Genau! Du, explodier mal! Dich brauche ich nicht mehr! So, da oben komme ich leider nicht hin! Fisch! Fisch! Geh mal weg! Große Münze von so einem Fisch! Wow! Das war blöd! Ich wollte eigentlich das andere! Also, das ist aufladen hier, um mich durchzuhacken! Nicht durchzuhacken! Nicht durchzuhacken! Äh, wie heißt das? Keine Ahnung! Charged Attack! Nicht durchzuhacken oder so! Keine Ahnung! Ich bin nicht so der Fan von diesem englisch-deutschen Mischmasch! Daher weiß ich auch nicht so richtig, wie man den anwendet! Wie gesagt, ich hätte hier gerne das Launchpad! Den Launch Skill! Och, sag mal! Du wechselst echt die Farbe in dem Moment! Das ist ja gemein! Wie, das war es schon! Hier ist ja gar nichts mehr! Ich brauche den Launchpad! Meine Güte! Dann hole ich mir den doch mal! In den verfluchten Hügeln! Die direkt neben dem heiligen Hügel sind! Ist das Zufall? Nimm das! Bevor du wieder so eine dämliche Welle machst, die mich tötet! Gefühlt! Ah, ich will da hoch! Au! Boah! Voll nicht gesehen, Mann! Äh, hä? Okay, somit ist nix! Dann halt einfach mal durch! Ohne zu zögern! Einfach mal durch! Wird schon irgendwie schief gehen! Na! Das Geld hätte ich dann gerne doch! So! Gerade noch rechtzeitig die Farbe gewechselt! Nein! Da hat mir der vierte Schlag gefehlt! Ist ja aber auch fies! Dass der dreimal so schnell schlagen kann! Oh! Ich kann auch als vierten Schlag nicht den Schlag nach oben machen! Das heißt, ich muss hier einfach aufpassen, dass ich das Ganze nicht versaule! So! Das hole ich mir jetzt aber von der anderen Seite! Kann ich eigentlich hoch? Das sieht nicht so aus! Okay! Ich will hier zuerst hoch! Ja! Geht halt leider nicht! Weil ich den Launchpad nicht habe! Den Launch Skill! Sorry! Den Launch Skill habe ich nicht! So! Nehmen wir das! Ey! Die großen gehen ja auch ganz leicht! Ähm! Ich bin ja runter! Genau! Dann will ich mich hier weghauen! Ah! Dann will ich mich hier weghauen! Volltreffer! Nö! Du kannst nicht! Das ist mir gar nichts! Siehste? Ah! Ey! Ich habe dir nicht erlaubt auf mich zuzulaufen! Ich habe durch Laufen gesagt! Ich wollte natürlich fliegen! Ach herrje! Was ist das denn schon wieder? Das sieht ja großartig aus! Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Okay! Ich trau mich doch! Oh! Ah! Das will ich dann doch machen! Okay! Was gibt es hier? Kriege ich hier endlich den Launch Skill? Das ist die Frage, wie ich mich stelle! Ich fände es jedenfalls cool! Das endlich mal zu kriegen! Weil ich nicht so ganz... Ah! Na toll! Vielen Dank auch! Vielen Dank für die Vorwarnung! Doch! Das war klasse! Große! Große! Große Klasse! Ah! Wie unnötig! Dem Schwanz kann ich nichts anhaben! Klasse! Okay! Jetzt wird es blau! Mann! Kann ich hier nicht... Das hier tun! Zum Beispiel! Zum Beispiel! Wie das? Macht das Schaden? Nö! Na bitte! Ah! Guck mal! Ich kann tatsächlich meine Farbe wechseln! Während ich den Strahl mache! Find ich ja gut! So und das Geld habe ich mir verdient! So und das Geld habe ich mir verdient! Aber sowas von verdient! Oh mein Gott! Ähm... Nach unten! Möglichst schnell! Damit da keine irgendwelchen Hindernisse, die im Weg sein können, für mich aufhalten! Und ja, das sieht aus, als würde ich hier den Lounge Skill kriegen! Zumindest käme ich ohne nicht mehr zurück! Und um ihn zu benutzen, muss ich einfach nur springen, während ich auf so einem Lounge Pad bin! Oder in einem Lounge Pad! Ich probiere das hier eben mal aus! Ach! Guck mal! Ist mir ganz einfach! Ist ja lieb! Ist ja nett! Finde ich gut! Dankeschön! Wurde aber auch Zeit, man! So! Komme ich hier rüber? Nein! Aber hier komme ich hin! Kann ich denn auch Dinge tun? Zum Beispiel nach links! Ja! Ich kann nach links! Tatsächlich! Wahrscheinlich auch nach rechts! Wahrscheinlich auch nach unten! Und äh... Ja! Diagonalen muss ich mal ausprobieren! Weiß ich gerade nicht! Wo kommt der denn für wieder her? Ich habe doch hier alles aufgehauen! Ach so! Stimmt! Ich bin gestorben! Natürlich! Ich bin gestorben! Lass mich durch! Ich bin Arzt! Okay! Ich bin kein Arzt! Aber hey! What?! What?! Ah! Sag mal! Ey, ey, ey! Ich bin hier gerade gesprungen! Ja! Das ist ja wohl ein bisschen unfair! Geh weg! Ernsthaft? Lass dich gerade weg! Teile! Du bist doch so ein Sack! So ein Sackgesicht bist du! Nimm das! Das hast du dir sehr wohl verdient! So! Hier unten in dieser kleinen Höhle bin ich glaube ich sicher! Und da würde ich mal sagen, hier vielen Dank fürs Zuschauen! Und beim nächsten Mal werde ich dann erkunden, was ich mit diesem Launch Skill alles Neues tun kann! Und vor allem auch, wie es hier weiter geht nach oben! Ja, wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen!